Wenn wir in Pathologie-Kompendien nachlesen, dann finden wir unzählige Möglichkeiten, wie man Entzündungen einteilen kann. Und wir schauen uns jetzt gleich gemeinsam an, was für sinnvolle Einteilungsmöglichkeiten es gibt. Entzündungen eines Gewebes oder Organs erkennen wir in den meisten Fällen einfach durch die Verwendung der Endung Itis, zum Beispiel die Nephritis, die Gastritis, die Myokarditis oder die Meningitis. Bitte aufpassen, Cellulitis ist eigentlich ein falscher Begriff, es heißt korrekterweise Cellulite, weil es natürlich keine Entzündung ist. Und wenn wir eben nachschauen, so finden wir verschiedenste Möglichkeiten, Entzündungen einzuteilen. Zum Beispiel nach dem zeitlichen Verlauf in eine akute oder subakute oder chronische oder rezentivierende Entzündung und noch vielerweiter Unterkategorien. Oder, so wie es unter dem Mikroskop ausscheidet, also in der Histologie, in granulomatöse oder lymphozytäre Entzündungen. Oder nach dem makroskopischen Aussehen, eitrig, hämorragisch, also blutig oder serös, das heißt saftelnd. Oder wir können Entzündungen auch nach dem Erreger einteilen, in virale oder bakterielle oder mechanische Entzündungen. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir das einfach praktisch einteilen? Als Therapeuten ist es für uns oft wichtig zu wissen, dürfen wir arbeiten oder dürfen wir nicht arbeiten? Also, haben wir eine Indikation vielleicht für eine Therapie? Unser Worst-Case-Szenario als Therapeuten ist, dass wir eine Blutvergiftung, eine Sepsis erzeugen, wenn wir eben zum Beispiel eine infektiöse Entzündung nicht richtig erkennen. Das heißt, therapeutisch gesehen ist die einfachste Art Entzündungen einzuteilen, schlicht und ergreifend in die infektiösen und die nicht infektiösen Ursachen. Das heißt, ja, ihr habt richtig gehört, nicht alle Entzündungen müssen infektiös, also ansteckend sein. Entzündungen können nämlich durch ansteckende Ursachen, aber auch viel, viel häufiger auch durch nicht ansteckende Ursachen verursacht sein. Infektiöse Ursachen wären klassischerweise Viren, Bakterien, Pilze, Protozon, das sind so eine Art Einzeller und Parasiten. Bakterien machen natürlich Eiter, das heißt, immer wenn wir Eiter sehen, ist es ziemlich wahrscheinlich eine bakterielle Entzündung. Aber wir haben natürlich auch eine hohe Anzahl an nicht infektiösen Entzündungsursachen. Zum Beispiel der banale Heuschnupfen ist ja auch eine Entzündungsreaktion, aber das ist natürlich eine Allergie. Und wo die Allergien herkommen, gibt es auch Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel rheumatische Erkrankungen. Und die sind klassischerweise eine Indikation, zum Beispiel für die Heilmassage. Mechanische Reize können eine nicht infektiöse Ursache sein für eine Entzündung, zum Beispiel durch Druck oder Reibung. Jeder von euch hatte schon einmal eine Blase, wenn wir falsches Schuhwerk an hatten und lang gelaufen sind. Oder Hitze und Kälte, die klassische Brandblase, ist auch eine nicht infektiöse Entzündungsursache. Strahlenschäden, zum Beispiel der Sonnenbrand oder Strahlenschäden durch Röntgenstrahlung oder auch wenn Patienten eine Tumorbestrahlung brauchen, die Entzündungserscheinungen auf der Haut anschließen, sind natürlich nicht infektiös. Bitte daran denken, dass natürlich auch Giftstoffe und Medikamente nicht infektiöse Entzündungen hervorrufen können. Zum Beispiel die alkoholische Hepatitis. Natürlich auch die negativen Auswirkungen von Rauchen, Feinstaub, aber auch Mikroplastik im Körper führen zu Entzündungen. Stress ist eine klassische Ursache für eine nicht infektiöse Entzündung im Körper, aber auch hormonelle Entgleisungen, zum Beispiel die Bauchfettsucht, die Viszerala Adipositas, die macht nämlich eine niederschwellige Entzündung im Körper. Und Tumore schütten auch Botenstoffe aus, die zu Entzündungen im Körper führen. Jetzt die Quizfrage. Wir haben einen Patienten, da steht drauf, der hat eine Hepatitis. Müssen wir uns jetzt fürchten? Was heißt Hepatitis? Das Wort an und für sich erkennen wir an der Endung Itis, als Entzündung, und Heparleber. Das heißt, das ist eine Entzündung der Leber. Aber bitte daran denken, eine Hepatitis kann infektiös, aber auch nicht infektiös sein. Und die häufigste Form der Hepatitis in Österreich ist die Fettleber. Und die Fettleber, die Steatosis Hepatitis, da gibt es schon ein Video von mir dazu, die Ursache ist die Ernährung oder der übermäßige Alkoholkonsum. Das heißt, die können wir uns für Patienten nicht holen, außer wir gehen anschließend mit unseren Patienten regelmäßig zu McDonalds oder trinken mit unseren Patienten. Auch infektiöse Hepatitiden, virale Hepatitiden erkennen wir in den Buchstaben A, B, C, D und so weiter. Es gibt aber auch bakterielle Hepatitiden oder Pilz-Hepatitiden oder natürlich auch so Sachen wie in den Leberegel. Das heißt, ganz wichtig für uns als Therapeuten, aufpassen, eine infektiöse Ursache ist immer eine lokale Kontraindikation, aber in den meisten Fällen sogar eine absolute Kontraindikation, insbesondere wenn Patientinnen und Patienten Gleitsymptome haben, zum Beispiel Fieber oder wenn wir ein RSYP, also eine Wundrose, erkennen oder zum Beispiel, wenn wir eine schwerwiegende Entzündungsreaktion haben, zum Beispiel bei einer Meningitis. Nicht infektiöse Entzündungen, also zum Beispiel Allergien, Autoimmunerkrankungen, mechanische Entzündungen, sind sehr oft eine Indikation für eine Therapie, zum Beispiel für eine Elektrotherapie oder die Low-Level-Laser-Therapie für Lymphdrainagen, FDM-Packungen, Ultraschall und so weiter. Aber bitte ganz was Wichtiges, wir behandeln im Schub weder eine Allergie noch eine Autoimmunerkrankung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Einteilungen der Infektionen ein wenig helfen und bitte daran denken, es gibt verschiedene Einteilungsmöglichkeiten. Ich finde nur diese infektiöse und nicht infektiöse Ursachen am praktischsten, wenn wir therapieren müssen.